Ich benötige äußerst dringend Verstärkung. Dieser unverschämte kleine Flegel hat es irgendwie geschafft, mich bis in die letzte Grafschaft zurückzudrängen. Und er dreistet sich, mein Absolut gerechtfertigt das Angebot für einen Waffenstillstand abzulehnen. Meine Hauptstreitkraft ist auf halbem Weg durch das Land, um zu euch zu stoßen. Haltet ihn auf, bis ich ankomme. Ich will ihn persönlich in Stücke reißen. Einige meiner Männer sind in der Nähe. Ich werde sie zu euch senden. Sie sollen an dem Vergnügen teilhaben. Die neue Burg der Schlange liegt in einem Tal gegenüber der alten Burg. Wir haben seine alte Festung bereits besetzt. Baut sie aus, bis ihr stark genug seid, um die letzte Burg der Schlange zu belagern und ihn endgültig auszulöschen. Solltet ihr Erfolg haben, zieht sofort wieder ab. Denn wir haben nicht annähernd genug Männer, um der Hauptarmee des Wolfs entgegenzutreten. Bildet einige Baumeister aus, um die benötigten Belagerungswaffen errichten zu können. Und damit willkommen zurück bei Stronghold. Ja, wir sind jetzt auf dem Anmarsch gegen die letzte Burg der Ratte. Ne, der Schlange. Entschuldigung. Ja, sieht so aus, als würden wir jetzt auch eine Burg bauen und dürften dann selbst belagern mit Truppen, die wir selbst ausgebildet haben. Das finde ich immer ganz nett. Und da haben wir es. Das ist unsere Burg. Und die müssen wir belagern. Oh, sogar Ballisten auf den Türmen. Das ist mal nochmal ein bisschen interessanter dann. So, wie sieht es denn aus? Greift der auch eigentlich mich an? Das weiß ich gar nicht. Da greift mich gerade nur ein Bär an. Okay. Ich würde sagen, als erstes mal hier ein bisschen Waffenproduktion erhöhen. Sind Ambrustschützenden sehr sinnvoll? Eigentlich nicht so. Ich kann aber Baumeister ausbilden. Das ist gut. Das setze ich dann mal hier daneben. Ich will mir jetzt erstmal angucken, was für andere Belagerungsstoffe... Ah, Katapulte. Katapulte sind gut. Okay. Punkt ist, wir müssen allerdings erstmal ein bisschen Geld ranschaffen. Waffen können wir alles kaufen. Das ist doch wunderbar. Okay. Ich denke mal, Streitkolbenkämpfer sind so das... Das Wichtigste hier. Ich mach das irgendwie kirre, wenn die Burg nicht zu ist. Ich weiß zwar wirklich nicht, ob die angreifen. Aber sicher ist sicher. So. Den da. Machen wir so. Muss das Ding wenigstens dicht. Und ihr könnt da drauf. Und ihr könnt da drauf. Ihr mal aus dem Weg. Dann kann ich hier noch einen dazu packen. Und dann Kram suchen, der uns ein bisschen Geld gibt. Es sind nicht genügend Arbeiter. Ah, natürlich haben wir nicht genügend Arbeiter. Ist doch immer so. Was geht denn da unten? Wobei, wenn der Bär da rumläuft, dann ist es da vielleicht doch nicht so Quatsch. So. Aber wir brauchen noch Hütten. So. Dann. Ich weiß gar nicht, ob Bogenschützen hier jetzt so sinnvoll sind. Wahrscheinlich zum Ablenken. Wir müssen halt irgendwas hinschicken, was die Aufmerksamkeit von der Balliste auf sich zieht. Weil die hat doch eine höhere Reichweite und trifft die Katapulte. Dass die nicht sofort kaputt sind. Dann können wir nach und nach uns hier vorarbeiten. Okay. Aber wir brauchen definitiv auch noch Eisen. Und an Waffen. Wir brauchen Streitkolben. Bergfried an, dann sind wir nicht so im Weg. Hier noch eins hinsetzen. Und was haben wir denn noch? Wir haben hier einen Bogenmacher, der kann da bleiben. Wir brauchen noch hiervon. Treppe hier weg. Treppe hier weg. Ja. Deswegen stehst du mir jetzt im Weg. Dankeschön. Dann kann ich hier noch eine Käserei hinpacken. Dann haben es die Gerber nicht so weit bis zu den Kühen. eine Botschaft des Schweins. Ich werde euch schlachten. Und bitte schön, ist das Schwein? Tötet die Schlange? Ja. Ah, hier ist ein Wegweiser. Kommt die jetzt hier rüber? Ich sehe noch nichts. Naja. Ich hoffe, wir kriegen eine Meldung. Bäckereien bräuchten wir, glaube ich, auch noch. Weil eine wird nicht ausreichen, um das hier aufrecht zu erhalten. Schon wieder. Meine Güte. Ah. Ja, das ist nicht so schön. Wäre es wahrscheinlich sinnvoller, die hier hinzustellen, weil die laufen sicherlich hier direkt drüber. Ja, tun sie. Dann bilden wir noch ein paar Bogenschützen aus. Den könnten wir da eigentlich nur einen Turm hinstellen. Uh, wir können jetzt sogar größere bauen. Rücken aus. Mal kurz Platz. Dann kommt da noch ein Türmchen hin. Mein Herr. Eure Befehle? Ja, 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 ja. Streitkolben kommen sie langsam rein, das ist nett. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Hier werden die Rehe einfach im Kreuzfeuer erschossen. Warum denn auch nicht? Wie läuft der denn durch? Ist der bescheuert? Nicht den guten Ochsen. Nicht den dicken Jockel. Macht ihr jetzt hier alles kaputt? Ist doch doof. Ja, armen Steinbrüche können doch nichts dafür. Und treffen einfach nicht mal. Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Natürlich nicht. Okay. Was nu? Bogenschützen bereit. Wenn wahrscheinlich Armbrustschützen noch. Ganz praktisch. Dann stelle ich das hier mal um. Können dann mal ein bisschen Eisen verkaufen. Es werden Waffen benötigt. Ja, Herr. Wahrscheinlich nochmal zweite Gerberei. Ganz praktisch. So. Wir müssen jetzt halt erstmal eine Armee ein bisschen hier heranbauen. Eine kleine Soldatentruppe des Schweins befindet sich auf dem Weg zur Burg. Ich mach's mal so, dass ich den Turm hier hinpflanze. Da sind sie ein bisschen näher dran und können sie abfangen, bevor sie an unsere Steinbrüche gehen. So. Das sieht doch besser aus. Das können die dann in den Bären. Ah, das werden immer mehr. Ach. So, wo sammeln ich die denn mal zwischendurch? Dass die nicht so im Weg stehen. Wahrscheinlich hier. Gebt euch, Hunde. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Bogenschützen noch hier hin. In Bewegung. Bin zur Stelle. Äh, wo laufen die durch? Haben die diesmal keine Bogenschützen dabei? Oder haben die die schon abgeschossen? Ich hab das nicht mitbekommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden die jetzt hier schon im Flussübergang schön niedergeschossen. Da sind sie auch langsamer, da werden sie besser getroffen. Ja, das ist praktisch. So. Streitkolben kommen ziemlich flott rein. Da fehlt es aber noch an Leder. Hm. Wenn ich setze ich das Ding mal hier hin. Mache hier noch eine Käserei dazu. Und hier noch eine... Oder hier noch eine Gärmerei. So, das hier sieht... Ah, die jubeln noch. Das sieht gut aus. Eine Botschaft des Schweins. Bald werdet ihr zu Schweinefutter. Wenn es was gibt, was du nicht mehr brauchst, ist das Futter. Guck dich doch mal an. So, ich packe aber noch ein, zwei Holzfäller hier dazu. Okay. Der scheint da dann nichts mehr auszubilden und so weiter. Das ist ganz angenehm. Da haben wir noch eine zweite Waffenkammer da dran. Wir benötigen Holz. Ja, natürlich benötigen wir immer irgendwas. Hm. Ich kaufe noch ein bisschen Holz. Verkaufe dafür noch Stein und Eisen. Und dann mache ich noch ein paar Lanzenträger. Die sind billig, schnell und können die Katapulte ein bisschen beschützen. Das glaube ich dann ganz praktisch. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Oh, und ich brauche noch mal Hütten. Und vielleicht auch noch Bäckereien. Das wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Oh ja, Mehl haben wir ja zu Genüge. Hm. So. Ach, du Gott. Aber okay. Hier der Weg ist jetzt leicht umständlich, sehe ich gerade. Äh, wie mache ich das schön? Die Truppen des Schweins greifen an. Ich mache hier das Haus nochmal weg. Baue es. Ach. Immer dieses Holz. So. Baue es eventuell einfach hier nochmal hin. Und setze da noch ein Tor aus hin, dass die nicht immer hier komplett drum herum gehen müssen. So. Dann geht das alles hoffentlich nochmal einen Ticken schneller. dann muss ich schüße da hoch. Oh, da kommen jetzt wieder einiges an Bogenschützen mit. Er schießt nicht die Rehe, er schießt die Bogenschützen. Meine Güte. Was gibt's? Die Rehe scheint aber auch überhaupt nicht schreckhaft zu sein. Wir dürfen ins Kreuzfeuer laufen. Mh, 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 mh. Hier eins dazu. So. Die sind besiegt. Okay. Ich will auch so ein Vorratslager haben. Gut. Dann. Ein bisschen Geld reinschüffeln. Und ganz ehrlich, das kann ich mir jetzt mal gönnen. Streitkopfenträger werden halt wichtig. Denn damit gehen wir die Tür mal abräumen. Katapulte. Ich glaube, da brauche ich auch noch ein bisschen Stein auf Vorrat dann, ne? Mh, mh. Ich hoffe nur, der baut seine Burg nicht wieder auf. Also, ich kann den niederreißen im ersten Angriff, den niederreißen im zweiten Angriff und dann durchmarschieren. Das wäre doch etwas praktischer. So, schon mal ein paar von denen aufbinden. Ach, wie schön es wäre, wenn ich Mehl verkaufen könnte. Habe ich zu Genüge. So, den Bogenmacher stelle ich mal an eine andere Stelle und mache hier noch mehr Bäckereien hin. Das sind schon mal ein paar. Weil, wie gesagt, Mehl haben wir ja wirklich genug. Weizen kriegen wir auch gut rein. Und das hier wird immer weniger. Die Truppen des Schweins greifen an. Ihr kleid auf uns zähle. Wie können wir helfen? Diesmal keine Bogenschützen? Okay. Elsa liegt im Sterben. Sehr schön. 34. Ich weiß echt nicht, wie viel wir brauchen werden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Eigentlich ist die Burg ja nicht so groß. Das Problem sind einfach diese beiden Türme. der Rest sollte eigentlich kein Problem sein. Kann ich Lanzen kaufen? Die sollten ja nicht so teuer sein. Ja, kann ich 100 für 5 Stück. Das ist okay. dann kann ich da noch ein paar ausbilden. Wahrscheinlich werden Schilde für die Katapulte noch ganz praktisch. mal drei Katapulte drei Schilde und laufen die Jungen. Anscheinend haben wir gerade das Schwein nochmal besiegt. Können wir mal probieren. Wenn es nicht klappt halt mit dem nächsten Angriff und das wäre eine Idee. 37 machen wir noch 40 draus würde ich sagen. wo seid ihr? Machen wir 20. Ihr könnt auf uns zählen. Wobei machen wir 25. Und dann schauen wir mal. Bogenschützen nehme ich wie gesagt oder nehme ich da welche mit? Könnte ich eigentlich. Ihr könnt auf uns zählen. Wenn mit euren Wunnen wir rücken aus. Dann habe ich mich da. Dann habe ich mal da. Ja Mann, das war nicht noch ein. Ja. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg Die sind einfach so schlau. So. 40 25 20 Ich die fünf Bogenschützen mit. Ich kann ihn mal hier sammeln. Den ganzen Weg Wofür bezahle ich euch denn eigentlich? So. Dann werden so die ersten Vorbereitungen Die Truppen des Schweins greifen an. Warten jetzt noch bis die durch sind zumindest die Bogenschützen Und dann versuchen wir uns selber mal an dem Angriff Streitkolben dann wenn wir durch sind die Mauern abräumen Also es wäre eigentlich schon ganz gut wenn man jetzt in dem ersten Angriff zumindest schon mal das hier komplett leergefegt bekommen Kann ich mal gucken Ah ne das wird wahrscheinlich nicht funktionieren eventuell dann hier ein Loch reinschießen Dann wird man eventuell nicht davon getroffen Die verstecken sich hier im Wald Finde ich nicht so gut Ich weiß aber auch nicht wie weit ich nach vorne gehen kann ohne getroffen zu werden Probiere ich mal mit denen gerade Was machen die denn Oh Die kommen hier hoch Das finde ich aber nicht gut Finde ich gerade gar nicht gut Hier oben doch was stationieren So Du bist jetzt dafür zuständig Verdammt Bogenschützen bereit In Bewegung Natürlich kommen sie jetzt runter Wo schießt ihr denn hin Kann ja meine blinde Oma besser Allesamt Unfähig Ja Endlich zur Stelle Was gibt's den ganzen Weg So Ich würde sagen wir probieren das aber in der nächsten Folge Deshalb bis denne und Tschüss Tschüss